Der Horizont. Ihr wisst, es wurde angesagt, dass wir jedes Jahr 3000 arme Menschen einladen. Ich sehe zwar nicht so aus, aber es stimmt. Und es ist ein wirklich großer Schuh und viele, viele Menschen helfen uns. Habe ich gemerkt, sogar die Polizei sagt, Zander darf das, nicht? Also, so und jetzt kommen wir zu einem Titel für alle die Helden, die kleinen Helden, die vergessen werden. Dieser Titel, den haben wir extra für dir geschrieben. Bitte schön, Herr Kapellmeister.